So, jetzt geht's nun weiter mit Part 2. Ich hatte jetzt vergessen, den ersten Tag reinzuschlafen, deswegen mache ich das jetzt. Nun, das ist ein bisschen blöd, weil die erzielt. Ja, erzielt ist das nicht zu blöd. Und jetzt mal wollte ich hier auch noch die... ...die Mine werde ich hier erstmal weiterbauen. Die wollte ich jetzt da auch brauchen. Also, ich gehe weiter. Was haben wir da denn? Nach, nach. Eine Höhle habe ich gefunden. Eisen. Ah, kann ich noch nie abbauen. Weil wir brauchen eine Steinsbezacke. Und hier gehen die Fackeln aus. Hier ist Kohle. Ich kann hier noch ein bisschen Kohle abbauen. Dafür brauchen wir nur eine Holzbezacke. Die ich hier noch da habe. Wir können natürlich damit erstmal hochgehen. Sind aber auch nur Flex. Ich muss mich Hechte ausbauen. Ich habe da. Wir werden auszukommen. Wir werden ja wieder hoch. Wir werden jetzt hier auch. Wir werden hoch. hier weiter tragen und das geht hier weiter mit mit meinen einen eisenabbau da soll er ja gestehen eisenabbau leider nur zwei blöcke mehr war es nicht ich habe noch die holzbezesse aufbrauchen hier wollte ich dann noch machen nur dass wir das jetzt da müssen wir weg machen wieso gleich auch da ist schon wieder Kohle da ist schon wieder Kohle mhm eisen Kohle und eisen leider meine steine hat er bereits weiter einiges an Kohle und eisen Kohle kann ich mit dem kackeln gerne brauchen und im ofen also die ofen die öfen ist das geeignet und die hat eine sehr große sehr große vorschung von eisen und Kohle kann ich nämlich schon mal eine eisig gezackel machen falls ich auf gold auf gold redstone oder diamanttreffer oder sonstiges eisenabbaubar da ist noch Kohle das geht ja hier immer noch weiter mit erd hoaa riesiges Kohle vollkommen man sieht hier überhaupt nichts mehr selber auch nicht also kohle 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 jede menge jetzt halt schon und irgendwann fängt mir auf die Zeit ein wirklich auf eine Pyramide bauen Pyramide bauen und zwar eine große Pyramide und noch mehr eisen bumm das war aber sehr viel 72 Kohledinger habe ich schon 72 Kohledinger habe ich schon nein kein Setzdenk unterirdisch bringt das eigentlich kann man das aber machen unterirdisch kann man das machen aber bringt da eigentlich viel oder noch ein bisschen mehr steine fahren oder soll ich irgendwo wo fahren soll ich mal eine reine Weizenfarm bauen das soll ich jetzt auch nochmal machen da ist jetzt eine störende Fledermaus um die kackeln die da rausgegangen naja Lava aber ich geh jetzt trotzdem erstmal nach oben um mit Eisen das ich gefunden habe zu verbrennen Eisen verbrennen um noch ein bisschen Sand zu sammeln also ich brauch dafür zwei Stücke für Kohle für 16 Eise brauchen wir zwei Kohle und ich werd mir auch noch eine Truhe quacken also keine doppeltruhe sondern einfach eine Einzeltruhe und da kann ich nämlich erstmal die Kohle größtenteils reinpacken da packt ihr auch schon mal ein bisschen Steine rein das soll sich jetzt umwandeln jetzt umwandeln jetzt umwandeln jetzt habe ich noch eine Schaufel Da kann ich noch mal schaufeln, wenn man mit dem Sand meine Pheromide sammeln muss. Was ist das für Leben? Lehm. Aber ich glaube, da müssen wir eine Wüste finden. Was ist das für Leben? Man kann es über den Leben auch. Was ist das für Leben? Ich kann es nicht mehr nehmen. Da kann man lieber mehr Platz. So, es gibt hier einen Wüste. Ich kann es nicht mehr schlusschrecken, wenn ich bin dann auch. Ich kann es nicht mehr schlusschrecken, wenn ich bin dann auch. Ich kann es nicht mehr schlafen. Dann ist es nicht mehr schlafen. Später. als wenn ich das gleiche nicht einfach die Baumachter macht jetzt die Hände macht jetzt die Schussweiz dann kann man eben auch schicken und das auch machen so Flop, ja. Wir sehen jetzt Flop. Oder Thron eigentlich über der Reihe. Die Verlesen und Thron. Was ist das denn hier? Blaue Orchideen. Blaue Orchideen. Braun Fels. Braun Fels, roten Fels und roter Fels. Da kann man ein bisschen Pilze bemachen. Aber da kann man leider noch nicht hohen Pilze. Und da kann ich auch schon den Ende gehen. Und was weiß ich mir jetzt mal. Ich werde mir noch einen Stein schwer machen. Ah, ich wollte ja noch diese Pfeffer machen. Und da kann ich den Arm anfangen. Dafür brauche ich aber mehr und ein bisschen mehr Holz. Und also Zäune brauche ich dafür. Zäune werden dann mit Stöcken gemacht. Dann machen wir hier. Uh, das ist ein 64-Sack-Fall. Und dann sind wir hier. So, so, so. So, so. So, so. So, so. Ich kann das ein, ne? So soll ich mir noch nicht reichen. So soll ich noch nicht reichen. So, so. das reicht noch nicht also ich würde jetzt mal reingehen steinaxt mehr holz weg kriegen kann ein bisschen mehr da funno lava mehr holz zusammen und das wird erstmal noch man will nicht mehr Holz beantworten weil das was ziemlich viel Holz verschlingt so ein so ein großer Zaun Zäune die Zäune werden nicht weiter die Schafe und Beine die sich behalten und die sich hier auf ein Gehege bauen kann mit mit Hallo 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 Hallo